Ok, dann seid ihr bereit für eine krasse Ansage, wuuuuh! Hi! Ja? Hi! Hi! Moin Leute! Willkommen zu einem neuen Galactic 2 mit Rari Yasado und Yasado. Hi und Hi! Yasado ist heute zweimal dabei. Ja! Ja! Ich würde das wirklich durchziehen, ne? Krass! Das zweimal alles zu sagen, was ich sag, wo ich zweimal da bin. Du musst jetzt? Okay! Nein, mach ich nicht! Das ist mir zu kompliziert. Aua, du Huche! Ich kann mich noch an Yasado mal 3 erinnern, als... Ist das jetzt gewesen? Hui! Hui! Spring! 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 Wir nehmen sie noch heute und erhalten sie eine Kaffeemaschine. Also ich würde zugreifen, der Versand ist gratis. Nur weil der Versand gratis ist. Ne, der Versand... nur deshalb! Ne, den Versand muss Nadel zahlen. Ich spare mir ein paar Cent, ja! Das heißt, wenn's Nadel kein Geld mehr hat, dann muss man den... dann wird's einfach nicht verschickt. Ja! Uh! 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 In die Bälte, die Bälte! In die Bälte, die Bälte! Man konnte da doch irgendwie einen hohen Sprung machen mit der... Ist nicht wahr! Mit dem... Fick, Schnitzel und wir sind im selben Team. Mit dem Sprung... Oh, wie geil! Wie kann man denn mit dem Sprungfederpilz einen hohen Sprung machen? Das wirst du mir doch bestimmt sagen! Lass es krochen! Wenn du zu dir IP abonnierst! Warte, dann kann ich die einfach kaputt machen. Ähm... Kann ich nicht. Den fand ich jetzt nicht so witzig gerade von dieser einen Person, die mich gemessert hat. Danke, tschüss! Ich find's toll, wenn man gemessert wird, dass man dann sofort ein Level Up... äh, Down bekommt. Oh! Du kriegst damit ein Level Up, weil du gemessert wurdest? Neuer Erfolg! Du wurdest gemessert! Hä, wie konnte ich hier denn einen hohen Sprung machen mit der Sprungfeder? Das ging doch! Aber wie? Nee! Na cool! Bin ich jetzt blöd? Nein! Du bist ein intelligenter Wolf! Nein, ich weiß nämlich gerade nicht, wie dieses Item funktioniert! Das wüsste ich auch nicht! Ich weiß! Du bist ein bisschen schwerergeleuchtet! Ich weiß nicht, dass es schmerzt wird. Ich weiß! Ich weiß nicht, dass es nicht ist. Ja, ich weiß nicht, dass er das ist. Genau so. Nee, der Versand kostet. Das hole ich mir nicht. Ich weiß nicht, was du mit dem Messer-Typen hinstest. Ich muss dann, wenn ich auf dem Boden bin, A drücken. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ich hab den Massatypen sogar gekillt oder nicht, keine Ahnung. Ah! Ah! Ja! Okay, ich weiß jetzt wieder, wie das Item funktioniert, Kinder. Juhu! Fliegschnitze. Jetzt abonniert mich. Fliegschnitze. Für die Kampfermaschine. Ich mein, der Passant ist gratis. Ja. Ne, jetzt. Er wird sonst Nadel befickt! Befickt. Nein, nein, ich wollte dich bezahlt sagen. Manu. Manu. Willst du von Yasado gefickt werden? Wenn der Passant ist gratis, ne? Klack du, Mann! Yasado, willst du etwa von Snadel gefickt werden? Ist das nackt? Nee, mit Klamotten weiß. So wie ein Scheißfilm, was wir hier in der Schule geguckt haben. Ihr habt in der Schule ein Porno geholt, wo sich Menschen mit Klamotten ficken? Äh, ja. Ungefähr. Also es war nicht wirklich ein Porno, aber... War ein Kinderfilm. Mit Hitler. Ja. Alter! Das ist ja so richtig kacke! Hat jemand die Leiter voll geblutet. Toll. Die Steuerung ist mega schlecht. Ja, 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 ja. Davon weiß, da war so ne alte Frau, und sie hat richtig harten Arschfick bekommen. Und... Der ist so richtig scheiße, so richtig schlecht, ne? Als ob, als ob der mit Klamotten ficken würde, Mann. Oh, ja! Oh! Also Bibis Beauty Palace, wo ich das zutrauen. Julienko? Ja, ohne Witz, weil wir den ficken! Es war eh nur ein Prank. Hat Klingan aufgedeckt. Ja, beim Orakel. Ey, ich guck nicht so viel Klingan. Ich guck den in letzter Zeit zu viel, irgendwie. Ja, aber das Orakel haben wir zusammen geguckt, an dem Samstag. Ich hab mir das danach nochmal gekürzt. Damals an dem einen Samstag. Ist das wie schief gelaufen oder so? Keine Ahnung. Das sind meine seltsamen Geräusche nicht hinterfragen. Molot! Ach, das ist doch ganz normal. Hast du gerade gesagt, ich bin normal? Entschuldigung. Wollte ich nicht. Das geht doch an der Wachlin. Alter! Blue. Ich dachte, du würdest es nicht merken. G. Sammel. Äh, mich aber. Wissen. One-up. Ein. Jetzt reicht's, alter. Jetzt geht's, das geht's in die Schritte. So. Fort. Oder. Ich. Oh, schade, jetzt kann ich nicht mehr weiter reden, weil ich ihn eingesammelt hat. Ihr werdet nie erfahren, was es gibt. Was ich ansonsten getan hätte. Es wäre auf jeden Fall sehr pervers und extrem gewesen. Finde ich cool. Alter Mann! Denke ich mir auch gerade die ganze Zeit. Jetzt geht er einfach hoch! Als ob. Als ob! Halleluja! Boah! Ich hasse die Steuerung! Dann geh ich raus, ne? Okay, wir sind jetzt etwas weiter. Ich geh nach der Wunde raus. Dann geh ich auch nach der Wunde raus. Alter, wehe, du fallst runter. Ich geh in den Mülleim. Okay, ich brauch... Warte mal kurz. Mülleim. P. Okay, okay, Moment. Kann ich nicht mehr so schön werden werden. Komm ich da nicht! Ich komme mal auf YouTube. Du, ich komm mal auf YouTube! Alter! Ja, lesa, alles. Abea, Abeba. Abeba, scheiße! Ich hab's geschafft. Boah! Ich hasse diese Grundstelle so sehr, Kinder. Hilfe! Ich habe es noch gesehen. Okay, ich habe jetzt irgendwie gelegt... Er kann keinen one-hit mit seinem Fic-Messer, Alta. Ja, Sado, keine bösen Worte. Benimm dich. Er kann kein Messer mit seinem Messer. Benimm dich auf meinem Kanal, bitte. Hier gibt es keine explizite Sprache, du Drecksuhrensohn. Entschuldigung, du Basta. Ist okay, du Hurensohn. Jetzt weißt du es hier. Aber bitte nie wieder machen, okay? Du Mistgeburt? Natürlich. Fick Schnitze. Und jetzt so gebannt. Von meinem Kanal. Einfach bannen. Sobald ich versuche, ein Video mit dir aufzunehmen, schließt sich OBS. Bevor die Leute wieder fragen, OBS Studio. Nicht das normale OBS. Ach ja, das gute OBS Studio. Mit welchem OBS? Ach, da drüben ist der grünen Stamm. Wie soll ich bitte da rüberkommen? Nicht schon wieder der Safe-Wars. Es wechselt sich trotzdem an. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Immerhin was anderes, Junge. Die Verbindung zur Wii-Konsole wurde unterbrochen. Okay, aber ich habe den Stern eingesammelt. Und ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Und ich schwitze am ganzen Körper. Drache, reib dich an mir. Okay, ich komme gleich mal rüber. Das wird ein Schweizer reduzieren, definitiv. Und das nackt. Und dann noch zwei Körper verteilt. So, sollen wir noch einen Stein machen? Äh, keine Ahnung. Das war eine sehr gute Antwort. Ich danke dir auch für die Professor. Die bringe ich Jörg mir in der Schule. Hm? Vor den Lehrern. Hör doch bei Vorträgen. Wahrscheinlich. Wenn du ruhigst. Wichst ein 1. Ah, ist doch was. Wichst ein 1 vom Lehrer. Natürlich immer. Ja, 1 plus mit vier Sterben. Lass mich hier doch nicht beleidigen. Und du Wichser, so. Nach der ersten Fahne unter einem braunen Schokostück zwischen dem zweiten und dritten Glühfrucht warte einfach, bis die Wirkung von Yoshi nachlässt. Ich hase ihn. Ich hase ihn. Ich hase ihn. Ich hase ihn so sehr. Ich habe ihn so sehr. Ich bin Südi. Abonniert meine Videos, damit ihr gesund will. Abonniert meine Videos. Und das nackt. Ja, ihr müsst mich nackt abonnieren. Habt ihr es gehört, sonst werdet ihr keinen Kuchen testen. Ich bin ein TREA. TREA traurig. Genau. Du bist ein kreativer Toast. Das ist wie. Das ist ja echt einfach. Toll. Ich mag die Map irgendwie nicht. Also, immerhin ist es mal was anderes. Hey, der Sterbemünze. Spring mit Yoshi einfach weiter. Ah, okay. Dann holen wir die. Immerhin ist es mal eine andere Map. Nicht immer die gleiche. Oh, nein. Aber, Yazardo, jetzt habe ich eine Frage. Was ist mit den Leuten, die keinen YouTube-Account haben? Können die auch Kuchentester werden? Wenn die sich einen Kanal... Oder in einen Account erstellen... Aber wenn sie das nicht machen wollen oder dürfen, was machen die dann? Dann werden die Kanada erstellen. Was hast du gesagt, Achif? Die Kanada erstellen. Aber wenn sie das nicht können, wenn sie nicht dürfen. Wenn die Eltern sagen, wir erschießen dich sonst. Was? Dann stirbt sie. Weil sie einen Kanal erstellen wollen. Dann dürfen sie davon noch einen Kuchen essen. Dann überzeugen die Eltern, dass sie Kuchentester werden wollen. Mama, wenn ich groß bin, will ich YouTuber werden. Äh, Kuchentester. Okay, mein Mann. Wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal erstelle und diese Person abonniere, werde ich Kuchentester. Dann hat mein Sohn ja nicht das geschafft. Dann hat mein Sohn ja nicht das erreicht, was ich nie geschafft habe. Und dann fängt die Mutter an zu weinen, vergewaltigt ihren Sohn und dann sind alle glücklich. Ja, sie ver... Coole Mutze auf jeden Fall. Ja. Was ist mit deiner Mutter? Hä? Das ist mit meiner Mutter. Deine Mutter hat dich auch vergewaltigt? Nein, eigentlich nie. Okay, das ist... Oh, in der Luft. Ich hab grad jemanden in der Luft getötet. Das ist doch mal voll Trickshot. Deine Mutter hat dich nicht merkt vergewaltigt? Das ist aber langweilig. Nein, wie ist das so kult in Europa? Was? Machst du einen Vortrag mit Europa und sagst, die werden angezogen vergewaltigt? Oh, fuck. Ach, die Sterbenmünze. Ich bin an der Sterbenmünze schon lange vorbeigelaufen. Nicht Spaß. Das war der Messer-Typ. Ich... Ich bin ein Messer. Hi. Hi. Ich wüsste noch gar nicht, dass du ein Messer bist. Bin ich auch nicht. Ich hab dich geprankt! Oh my God. Ich bin ein Nacktcher-Bulitz. Fuck. Da ist der Grünstern-Sammelin ein. Wir haben die Folge geschafft. Die heutige epische, krasse, super-duper-hyper-geile Absage darf Drachi machen. Aber warte bitte noch eine kleine Sekunde. Ich bin schon wieder gestorben. Das ist super. So, und Drachi, jetzt erläutere doch nochmal, warum genau man mich abonnieren sollte. Man sollte ihn abonnieren, weil er cute ist. Höchst und weil er die besten Videos macht. Und du kannst Kuchentester werden. Du kriegst deine Kaffeemaschine dazu. Im Wert von über 1000 Euro. Und du kriegst sogar noch einen Stuhl oben drauf gelegt. Und der Versand wird bezahlt. Und der Versand ist natürlich kostenlos, ich meine. Von dem wunderschönen, von dem wunderschönen, genau. Und du kriegst einen 2-Euro-Gutschein für eine Pizza. Was? Du kriegst einen 2-Euro-Gutschein für einen PC. Das ist aber ein guter PC, wenn er 2 Euro kommt. Das lohnt sich doch. Scheiße, auf die Kaffeemaschine. Hol dir den 2-Euro-Gutschein. Klar. Gerne. Hol ich mich für eine Pizza. Da ist auf dem Lebensvorrat ein Kuchen. Hol dir einen 2-Euro-Gutschein. Okay, dann sagt jetzt tschüss. 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 Töp, tschüss. Ah je. Hallo. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.